Hi Leute, willkommen zurück zu Tower Fantasy. Wir gucken uns den neuen Boss Eva an. Im neuen Gebiet. Ich habe mich hier schnell mal hinten porten lassen. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber... Da die Leute gesagt haben, hey, kommt mal vorbei. Huih! Dieser äußerst gefährlichste Leben. Giftigen Sumpf, blablabla. Okay. Scheint keine Schwäche zu haben. Was komisch ist. Natürlich, halt, Moment. Genau. Warte, Einstellung. Einstellung. Wir sind schon 30 plus Leute hier am Boss. Anzeigen. 5, okay. FPS, okay. Dierung aus. Raytracing, keins. So. Ähm. So. Okay. Busses. wie hin gesprungen also ihr gar nicht gesehen wartet da das neue exoskelett neu equip teil bekommt man hier plus natürlich den anderen staff den man braucht um den reaktorkern craften zu können okay jetzt hat es physische angriffsverteidigung ich kann okay jetzt geht's ja sie können sich auch voneinander trennen wo bist du jetzt schon wieder okay es ist nicht das beste showcase für den neuen boss aber ja das ist halt leider nun mal ich habe auch so ein glück ich gehe hin sehe nichts leck zack da hatte sich das erledigt aber zum glück sport man meistens immer direkt daneben zum teleporter das hat sehr sehr nice ist neues gebiet sieht okay aus an der helipot das hat direkt auch neben dem boss jetzt steht der boss ganz kurz mal still so 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 heil mich ich weiß nicht ob ich es überstanden habe ich habe es geschafft irgendwie das zu überleben ich habe es doch nicht hatte ich einen doppeltodesbildschirm schon wieder einmal lag ich da einmal lag ich da ich bin noch blind diese Richtung war das warte so Speed ich ja Pock geschafft absolut nichts gemacht aber okay Spoiler tote Leute so und natürlich jeder der doof war und seine und seine Schlüssel für diese Woche schon aufgebraucht hat RIP ich habe glaube ich Montag Dienstag und Mittwoch bei uns im World Chat immer geschrieben macht die Bosse nicht behaltet den Chip für den neuen Boss und wir haben auch gleich für das Valentins Event jetzt was bekommen ein paar Herzen oder irgendwie sowas genau quadratische Form Runde Form Herz Form das müsste ja Sahne Likörerfüllung das ist für das Valentins Event hier taktische Konstruktor und Elite Exoskelett Scherben das ist natürlich wieder diese Scherben zusammen craften ich werde den Boss wahrscheinlich sofort nochmal neu mitmachen ja damit ich mir dann schon mal ein Elite Ding zusammen craften kann Elite kostet ja 20 Scherben und der Festungs kostet ja diese 40 es hat nun das Glück an das Drop direkt machen wir nochmal machen wir den Kampf zweimal machen wir Relikt Aufstellung das habe ich ja nur damit Elektro stärker wird drinne wie nimmt das Gefängnis mit ja das Gefängnis nehmen wir mit ne ihr seht Leck vom Feinsten na ja geh 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 da rein nein steh weg flucht es kam mir hinterher ja ja first first day problems wenn ich die Bosse einfach anspringen bitte markiere das immer ähm Moment achso Moment ja ich vergesse immer aus der Gruppe rauszugehen damit die Leute mehr holen können nutzen wie viel bräuchten wir davon fürs verbessern sieben davon das davon okay machen wir kurz ja es material ich bin interessiert den materialien du hast Monate Zeit die immer anzusparen gönnen reicht mal gucken wenn es in dem Moment wo es leckt müsste ich aus der Form rausfallen wenn es zu doll ist geht eigentlich so jetzt nochmal rausgehen aus der Gruppe so wo da alter der schaden dann bei dem guck mal runter danke her 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 Okay. Ja, vielleicht sollte man Heile in der Gruppe haben und vollgegessen sein. So, jetzt nicht. Bleib stehen. Na, bei 70. Und ja, ich war mal vollgeheilt und dann... Ja, es ist halt, bei dem Leck kannst du auch kein Perfekt-Dodge machen. Das ist so schade. Ah, das ist wenigstens ein Gegner. Ah, das ist so schade. Mal gucken, habe ich mich nur selber getötet, gerade mit meiner Eisfalle? Oder mehr? Ah, noch mindestens einen anderen. Warum ist die Tür auf? Warum ist das schon wieder... Da war der Leck. Ich komme nicht in meine Flugform. Come on. Ja. Also, der Boss macht auf jeden Fall Elektro-Schaden. Der denkt sich, er wirbelt hier so ein bisschen umher. Ja, also wenn man mal... Einmal rankommt, ordentlich dodged, Schild weghaut, glaube ich, dann ist der Gegner doch sehr einfach machbar. Aber jetzt... Man kennt es. Es ist First Day, wo der Boss da ist. Jeder will ihn machen. Genau? Da soll ich jetzt 那fenken. Ja. Jetzt uswOWst du das jetzt. okay ich kann es leider nicht ordentlich zeigen so aber wir können das exoskelett jetzt zeigen wir haben sogar die falken version bekommen gerade ich glaube es gibt keinen anderen boss ist glaube es ist nur der ach so genau wenn ihr sehen wollt wo es ist dass es hier wirklich wer hat ein ganzes riesiges stück noch dazu bekommen wenn jemand die aufmachen möchte ist okay ja guter boss nicht so wie harad und kulton wo du ewig für brauchst wo die zig verschiedene phasen haben und wie gesagt hier dann die teile für das exoskelett oder wenn du glück hast dass das exoskelett dann selber droppt wie gesagt eben ist die falken version gedroppt können wir uns die stats angucken hier ist volt angriff mit drauf hier ist frost angriff und angriff drauf das ist nice angriff lp und angriff nicht schlecht kommt dann hier unten in den slot wir wollen aber gleich die elite version kraften und das ist halt ne du hast zweimal jetzt die truhe vom boss aufgemacht 20 scherben brauchst du um die elite version zu kraften fusion die die version hergestellt so elite version hat volt schadensbonus physische wie es ist trash ganz ehrlich lp braucht keiner widerstand braucht keiner die beiden sachen gehen auf jeden fall equippen wir erst mal ist ja ein bisschen extra kampf kampf kraft verbessern ich habe extra so ein bisschen angespart dass ich hier gleich eigentlich auf 10 machen kann okay und jetzt hauen wir die gedroppten dinge ja schon mal da rein das ist einfach nur was soll ich sonst damit ne ähm ja äh war das das ich gucke ne hier ist es nicht mit drin ansonsten ist hier irgendwas neu mit zu bekommen das muss ich hier noch kaufen den kann ich jetzt machen ja das war der neue boss eva zweimal gemacht bisschen lagier dafür kann ich jetzt nichts ähm hoffe es hat euch trotzdem gefallen ihr habt ihr gesehen hier bekommt ihr die neue ausrüstung exoskelett her ähm warte ähm muss man die dann auch mission muss man glaube ich auch so craften ja hier also die teile vom boss plus die energie die man daily bekommt sind immer 5 stück energie kosten daily und davon braucht ihr dann auch wieder 40 um euch die leggi version zu machen im moment war hier der reaktor aktuell und jetzt ist halt hier unten das skelett ähm die teile die teile die teile die teile lass mich kurz gucken lass mich kurz gucken äh ursprung des krieges hier bekommt man auf jeden fall super mats entweder bekommt man hier dafür noch welche ähm oder war das hier auf jeden fall hier würde man ja für den reaktor das bekommen ja mal schauen das war glaube ich nichts anderes hier ist das einzige wo halt das ding mit angezeigt ist also nehme ich mal an müsste man das jetzt irgendwie machen ich glaube das ist einfach nur so ein runden kampf nicht 100 prozent safe ok dann was das vom neuen boss ich hoffe es hat euch gefallen ciao leute bei